ja b und da hat jemand weil was die noch auf der ich weiß und ich leck grad ein bisschen b kann sein so leute ich hab hier wieder meine kiste und ich hab da Sachen drinnen die da nicht reingehören so wieder ist das gehört schon da rein ich glaub wir haben genug Inva oder ja glaub schon in der Kiste 50 Stück hier oben hat man eine Mechanikkiste Leute so zick 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 in Weiner Kiste ok nice und das ist nichts ne das hätte ich auch können ich muss jetzt hier mal die Kabel neu verlegen das geht mich grad an dass ich hier keine Lava platzieren kann äh wer macht von euch äh Appelsoft ich mag Appelsoft soll ich Appelsoft machen? ja wenn meine Leiche in Lava gefallen ist ist sie dann verbrannt gute Frage nächste Frage immer weil ich möchte mein Zeug zurück haben das kann ich dir jetzt leider gerade nicht beantworten und ich bin so aber jetzt rechtlich ja jetzt kannst du auch hier machen was kannst du jetzt machen und ihr weiß Bier woher Bier besaufen Feierabend ich glaube ich mache mir nicht so ich weiß noch wie es geht das habe ich nur bei einem anderen Modell noch eine halbe Stunde macht hm ich sag's nur nochmal so durch wir haben noch eine halbe Stunde ich glaube ich mach mir einen Flammenwerfer hohoho ich will Maschinengewehr haben jetzt kommst du noch nein man kann überhaupt die nicht machen mach ich mir einen aus Mechanism oder Flansmod das musst du entscheiden machen warum muss ich den machen jetzt ich geh mal jetzt zu der Stelle wo ich gesagt habe deshalb angeblich Richtung Süden ich habe schon ein Bett gesehen ich esse es mal ein bisschen Popcorn da 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 selbstgemachtes Popcorn warum ist das Stand weil er da was zu wissen Stand halt so verlockend da so und ich fülle den Tank jetzt mit Lava das habe ich gerade mit meinem auch gemacht weil ich brauche Lava für die Smeltery du brauchst Lava für Strom und wir alle brauchen Lava 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 hier äh Manu ja dein Stückchen Kugel steht da immer noch ja ich kann es jetzt sogar essen ich habe ein halbes Hunger weg wow super so Leute komm mal auf der Karte wo gibst du da die Karte zeigt mir ach hier oh Gott okay da geh ich hin ich glaube in dem Projekt werde ich am meisten durch Lava sterben ne was war das jetzt gerade ich bin nicht direkt gerade wieder wegen diesem Feld Lava so na dann okay ja ne ich sag nix mehr ne 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 wie loote ich denn meine Leiche dann du musst die aufschlagen okay jetzt lass mich mal oder man drückt rechts klick drauf geht das auch ja das wusste ich zum Beispiel nicht ich wusste gar nicht wie man es eröffnet ne ja ja im single player habe ich versucht für Berge und finden dabei auch noch andere Pflanzen kann ich deine Rüstung haben die Leicht Rüstung ja die kannst du haben von dem Totentyp von Manuki achso ja die kannst du benutzen ich kann sie eh nicht einschmelzen oh als ohne sich das Start da kostet das weniger Strom ja jetzt geht es noch einigermaßen so oh alter der läuft dann oh Gott oh Gott oh Gott Alarm Lava Explosion Lava Explosion da ist mir gerade so ein Lava Kabel kaputt gegangen irgendwie hat es meine Kabel gesprengt vielleicht sind sie überhit haben die ein Hitzelevel oh ich weiß es nicht ja tun sie scheiße lauf ich richtig ich hab den Kuchen jetzt gegessen war lecker ja ich bin über 100 Metern in die Partierichtung gelaufen oh das ist natürlich nicht so gut wieso machst du sowas sei leise man man nicht extra naja ah nicht über 100 über 200 sogar ja was hab ich denn da ach so ein Zocki hat jemand wieder Eisen gesammelt ja ich aber dann habe ich am Lava tot gestorben ich hab grad vier Stück also und ich hab einen Tank voll mit Lava nice und hier ganz viel Kohle ich zieh's meine Literatur und die Brenne schon wieder ich hab einen Tisch was hast du hi ja ich kann euch nicht verstehen wenn ihr alle durcheinander redet zu Kastanien nice die Kastanien die Kastanien haben gefunden die brauch ich auch dafür nicht achten was bringt sich Gold or Belly das ist dafür ist Dings zuständig das ich ja weil wir noch hab's immer noch nicht geschafft das zu machen und nicht böse sein bitte so der Lava Tank steht vor den Maschinen nice Leute können wir bitte 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 mal schlafen dafür müssen alle schlafen gehen können aber es geht nicht Aua Aua das geht halt nicht weil wir haben nicht genügend Betten ja dann machen wir so die zwei Locken oder zwei Locken sich aus dann kann sich Dings auslocken also wer jetzt noch steht ach ich jetzt und ich bin draußen der muss noch raus der liegt noch nicht ja ich bin in der Mine der geh raus ich liege ich geh raus ich kann euch nicht einfach abbauen ich muss doch für euch Zeug sammeln ich meine einfach nur ein ganz kurz ein kurz mal aus und dann einfach wieder rein damit wir kurz ja gut passt ist neuer Tag dann kann ich jetzt das das Ding endlich fertig bauen hoffe ich mal ich sag euch sobald der erste fertig ist dein iPad brauchen wir dann noch gell ja da bin ich jetzt grad dabei das zu machen was bringt sich das nochmal da kannst du schauen wie weit das eigentlich schon fortgeschritten ist oh Geilo kannst du mir auch eins machen klar mach ich halt mal klar mach ich halt mal klar mach ich halt mal ich hab eh nichts anderes zu tun haben wir gelaufen doch nicht äh ne wir brauchen aber Glowstone wir müssen erstmal in die Hölle da waren wir noch nicht weiss das mir grad so auffällt wo kriegen wir ohne ne weiss wo wir ohne Probleme Lava herkriegen wie Hölle wir tun da eine Pumpe rein setzen eine Pumpe rein setzen ein paar Tanks hin fertig aus ey wie dumm sind wir es hat bis jetzt nur ein eins ne es ist jetzt gar keiner mein hamburger genommen sehr nicht ich geh gleich in die Hölle ich muss noch schnell hier ich auch ich mach noch schnell das Gefängnis ich nehme mich sehr zu schätzen Leute was ist denn war was ich hab bei euch hamburger gemacht und ihr frisst das nicht ein was machst du hamburger hab ich doch für euch gemacht keiner hat's genommen aber es gibt schon immer ich hab grad Diamanten kaputt gemacht weil niemand hat mir gesagt sie hat das dass man das nicht mit so einem mit einer Eisenspezak kaputt machen kann was denn? äh mit einer Lead Big X du bist egal das ist ja nicht meins es könnte deiner sein aber jetzt so kaputt wenn man das jemand gesagt hat was was ich hab einen Diamanten zersiebt weil niemand mir gesagt hat dass man mit der Lead Big X das nicht abbauen kann was hä hä verstehen die zusammen kann ich mit der Lead Big X habe ich versucht einen Diamanten abzubauen jetzt ist er kaputt ja und du hast gesagt die hat jemand gesagt dass du damit es nicht immer und kannst hat mir gesagt dass man damit ja ich hab's endlich mal ach komm schon nur noch ein bisschen darf ich mir eine Dia Spitzsacke machen? äh ja das oder nicht dass ich kurz ein Neta Portal bauen kann ich glaub es gibt mach den ja ich komm auch runter ich hole mir schnell auch ein bisschen Koppel äh Dings Obsidian ich komm mit also darf ich? ja darfst du geht das nicht mit Leute geht das nicht mit äh wie heißt das mit Osmium weil ne Ahnung könnte gehen Osmium ist besser als dir glaub ich da ist es ja aber ich weiß nicht ob es jetzt klappt oder nicht wir brauchen eh ein Material das härter ist als Obsidian ja und was wäre das? bedrock mangelin ich kann mal bitte Bedrock abbauen oder Bedrock Break ach okay das ist ein anderer Mal sorry so Leute braucht die Koppel ja ich hab knallhart Koppel auf den Weg gefunden nice warum ist der Weg hier so unbeleuchtet Leute wo haben wir denn stille Lava oder Obsidian direkt ich hol grad ich bin grad Obsidian unterwegs ich weiß wo Obsidian ist wenn ich mich ich seh nun mal brennt ja natürlich diese kack Lava fliecher sind wieder hier muss ich denn nochmal hier ich hab mich verirrt in dieser blöden Ghostmine die Mine von Ghost ist so unübersichtlich wo ging's denn jetzt hier nochmal lang ich 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 hasse es Obsidian abzubauen ich auch für Delfen hast du ne passende Spitzhacke ich hab ne Osmium Spitzhacke ja das könnte gehen dummdi 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 dumm dummdi dummdi dumm ich geh jetzt was ist jetzt passiert er ist in Lava gefallen ok bei mir ist das selbe Fail ist meine Leiche da oder so ja gab Leichen verbrennend ich oder frag den Manuki ist meine Leiche da nein keine Leiche ich kann Eiscreme heute noch machen nice boah hier riecht's nach Kee-E-Butter vielleicht macht ihr mal Butter Popcorn das könnte sein dass das Popcorn was ich da grad hab Butter hat dritten halt muss ich aber gleich rausnehmen weil sonst krieg ich einen Hungeranfall gut Leute ich mach hier nen White Point damit ich meine natürlich immer wieder mal einen Gehörmann Schnee finden kann so wo seid denn ihr Maluki ich bin unten in der Mine und Frau Obsidian ab ja wo unten in der Mine ist gut beschrieben Leute hier ist ja nichts ausgeleuchtet putze putzi stell halt deine Helligkeit höher ja trotzdem das Sporn an Viecher ja dann hört die Viecher halt ich bin so ein dummes Kind so wie viel hast du schon ich bin noch ein Kind sechs Stück ich hab zwei ah yes okay dann fehlen noch zwei ja ich hab jetzt noch eins ich auch wir können okay geh mal waren wir aus oben draußen oder einfach aus Sicherheitsgründen nicht in der Wohnung ja ne ihr macht in der Wohnung nein Zombiefrequenzen sind viel zu gefährlich Leute ich bring auch noch Gold und so weiter mit ne weil hier Gravel und so alles klar ja wenn ihr nicht wollte machs nicht so boah wie viel Gold ist damals ich mag heute eigentlich noch mit dem Xeno wie viel ach so du bist der gerade geschommen okay ich hör aufzureden äh ich wollte gerade schon wieder fallen ich wollte gerade fragen wie viel Eisen er hat ja ich hab mir gehabt aber scheiß Lava ich hab auch noch ein Ding Gravel gefunden da muss ja so Aua ich sterbe nein was was machst du ach so das muss ja nur zwei Freizeitern ne ja drei hoch ups wir haben keine Eis in Scheiße ah jetzt Leute ich weiß was Päusen Iwi ich weiß welche Pflanzen Päusen macht okay das heißt Päusen Iwi und das ist von äh hast du ein Feuerzeug? nein hast du eins? das ist von Biom of Plancy hast du Eisen? nein ich glaubele die Eisengrau kommt nein Leute ich hab Eisen ich glaub ich hab Eisen ja dann kommen gib 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 wo bist du? woher kommt die Eisenfrau? von einer Seite aus Süden wahrscheinlich oder? da wo die man ich da ich hab es schon ich hab gesehen das ganze Päusen Dings da ist ne und das Loch auch noch genug rein wo ist denn die? dort noch, bin noch 100 Kilometern fährt äh ja ok wir suchen uns Ei-Selbst-Eisen nein nein ich bin schon gleich da Problem ist es da ich nimm mir zwischendurch nur aus nein ich weh schon wie aus so guck mal hallo hallo gib mir dein Eisen ich muss das nur reinbraten schmeiß mich nicht mehr her ne nicht braten, nicht braten, nicht braten, nicht braten spinnst du? nein wir verdoppeln das jetzt